Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pembefort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 900 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.